Ladies and gentlemen, willkommen auf Skurum. Ja, Skurum Time. Wir spielen Skurum. Skurum, äh ich meine Skurum. Und ich hoffe, wir haben Geduld. Lauf Muruk, lauf. Hey, was habe ich vorhin gemacht? Ah ja genau, ich weiß, was ich gemacht habe. Über den Wolken muss die Freiheit... Ja, das Leben ist zu kurz. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, verbleiben, ver... Nein, don't touch me! Mein Gott! What the fuck? Steht nicht, aber renn weg. Lauf vor das Skurum. Wie heißt der? Wie heißt der überhaupt? Dracula? Brock! Lauf, Brock, lauf! Brock Junior! Lahn, lauf, ja. Oh Gott, ich komme zu dir. Ich sehe das Licht. Es ruft mich. Ich will nicht sterben. Oh, noch Kartoffeln. Ja, ohne Kartoffeln kann ich mich. Aha, wenn ich da reingehe, er kommt nicht rein, oder? Hey! Oh mein Gott, ich komme nicht rein! Oh, 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 oh. So. Hä? Wo bist du, Riese? Hast Angst bekommen. Hä? Hast Angst bekommen? Jetzt weißt du, wer der Babbo ist. Ne? Oder? Lilly? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, wie eure gute Tat des Tages tun. Ja, ja. Habt ihr gesehen? Ihr habt Angst bekommen. So, nun, was wollte ich jetzt machen? Wieso bin ich zurück? Ich wollte gar nicht zurück. Das Leben hat mich hierher gebracht. Okay, dann gucken wir mal. Wohin kann ich gehen, wo die nicht sind? Ah, da muss ich ja hin. Ah ja, genau. Scheiße. Oh nein! Nicht diese Richtung. Ja. Hey, wie komme ich da hoch irgendwie? Oh, Kartoffeln. Oh, Kartoffeln. Oh, Kartoffeln. Hey. War ich da schon? die Riesen sollen wirklich ein bisschen Abstand von mir halten ja Mahmoud 1 Riese 2 mehr sage ich nicht die habe ich genug gesehen in diesem Spiel schleicht er? oh mein Gott ein Riese der schleicht somit habe ich alles gesehen ins Kürim Land gleich regnet es scheiße glaube ich wenn es so weiter geht spring Moruk spring! von da vielleicht? guck mal was ist das? am liebsten hätte ich sowas nicht gesehen du bist jetzt wirklich so klein in meinen Augen ja oh man schaffst du das auch? ne warte wenn du das schaffst kann ich das Spiel nicht mehr ernst nehmen ok komm probier probier halt halt ich weiß du schaffst das ich vertraue dir ich kenne dich es bricht alle Rekorde komm ok wenn du das wirklich schaffst oha oha wer schafft das? ich bin stolz auf dich mein Sohn mein Skürim oh du komm noch zwei zweimal und dann bist du wirklich göttlich göttlich komm gib alles nein nicht runterfallen nicht aufgeben oh mein Gott komm du schaffst das Moruk ich weiß dass du es schaffst du weißt es auch da diese Scharmut ich habe es gefunden oh schaffst du es auch? oh 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 Moruk guck das an mein Stolz mein Stolz komm okay naja fast oh ich kann klettern ja normal Talent ich liebe dich ich liebe dich auch was soll ich sagen ich liebe dich auch ich fühle mich wie ein Politiker werdet ihr nicht gekommen werdet ihr nicht gekommen wäre ich zu euch gekommen warum nimmst du nicht den Weg? welchen Weg? welchen Weg? du meinst den Weg mit den Riesen? war dir nicht genug im letzten Part nein oh ein einmal noch nein 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 nicht runterfallen bitte nicht oh mein Gott ich bin so stolz auf dich oh mein Gott mein Sohn du bist brutal oha schaffst du das auch? oh mein Gott oh mein Gott wie eine Bergziege oh nein das war Trutan oh nein wo bin ich da? wie bin ich da hingekommen? was ist passiert? ne okay komm ich die betreiben wollte ich sagen aber mit bisschen kämpfen geht das irgendwie oha come on come on homie ich weiß es du weißt es auch daylight baby daylight come on come on rocky ich weiß ach komm komm noch zwei drei mal und dann dann sind wir schon oben dann sind wir oben komm okay siehst du siehst du diesen Loch da geht es weiter über den wolken wow wo bin ich da wow guck mal weißlauf sieht beschissen aus nein natürlich nicht weiß auch es ist so schön brutal am liebsten würde ich da wohnen ich bin löwe lieber klettere ich als gegen den riesen nochmal zu kämpfen bitte bitte den riesen kann ich nicht mehr anschauen wirklich nicht schaffe ich das auch okay das will ich nicht schaffen oh hey bin ich richtig nein da muss ich hin links morok bitte hör auf okay nur noch da spider-man scheiß fliege geh mal weg geh mal nach hause da da ist es oh oh mein gott nein das musst du schaffen bitte bitte mehr will ich nicht versprochen bitte gib alles komm ach komm jetzt mein mein goodness wo bin ich da ach komm du hast so viel geschafft und das hä das ist aber nicht weißlauf ist das weißlauf nein mann oh gott ich hab den weg gefunden ich hab den weg gefunden ja mann das ist gut leute seht ihr mit ehrgeiz geht alles hatte mal ein professor namens brock gesagt ehrgeiz ist alles alles und wir sind da jetzt kann kommen wer will wer kann kommen riesen nein riesen nicht aber sonst alle endlich wow nach einem großen kampf bin ich da wo ich sein wollte wo man da jetzt ja nicht runter gehen komm hundi gibt es hier menschen ich hoffe nicht oh was das hauptsache keine keine magier bitte nicht ich würde so gerne ich würde so gerne den werwolf heute noch aufnehmen okay egal er macht er hilft mir und dann er ist tot oh ich lebe noch oh mein gott ich lebe noch ich lebe noch halleluja es kann nur einen geben speicher es kann nur einen geben und das ist speicher ist das alles da friss besen okay freunde es sieht sehr gut aus ja wir überleben das und dann versuche ich den den werwolf quest ja gut ist gut oh nein scheiße scheiße geh weg geh weg hey wieso fühlt sich das so langsam auf dieses scheiß also ich meine nicht meine lebensleiste sondern die dort wo man aufsteigt her wieso dauert das so lange guck mal tschüss erst ich bin die ganze zeit am heilen und guck mal was das die ganze oh komm frauen frauendorf oder was warum bin ich da oh nein jetzt wird es bisschen eng wenn sie mich einmal trifft oha dieser wut dieser hass was habe ich dir getan du feminist okay oh nein oh nein essen wir was etwas protein altes oder trinken wir was scheiße ok ja das ist blöd oh nein hilfe nein nicht treff mich nicht zählen nein oh nein oh oh man oh ich brauche dich mein Sohn mach schnell mach schnell mach schnell guck guck sie kommt extra nur weil ich den beschwören will so gib ihm oha oha Stufe 10 das kann nur eingeben oh mein Gott ist das nicht schön ich glaube ich nehme noch einmal gesundheit Lehrling Erholung Magie regeneriert sich 25% schneller endlich endlich wo kriegt man zauber ja in drachenfeste beim zauberer kannst du kaufen und hier oben in winterfeste bis dann oli schlaf gut oder gute nacht bis zum nächsten mal bis dann okay wir haben gespeichert alles sicher ja jetzt es fühlt sich jetzt 25% schneller auf das bedeutet mehr leben oh ha so wow gut 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 ok was jetzt ist er hat sich selber den hals er hat sich selber den hals gebrochen so hat er sich angehört oh nein ja nicht runterfallen jetzt ey was wollte ich machen ich wollte etwas machen habe ich voll vergessen aber zerstörung schreie habe ich nicht mal so traurig versteckte truen gibt es irgendwie nicht so viel wie in also das sowieso nicht wie in elder scrolls online das sowieso klar aber schon ziemlich weniger viel viel weniger genau jetzt weiß ich was ich machen wollte wegen dem drachenstein mit deinem besitz ok also wir müssen da rein na dann gucken wir mal das ist so ist das geil wenn man kämpfen kann ohne Eintreffer und Tod das ist geil aber sonst nein sonst ist scheiße winterreifen montiert nein habe ich nicht brauche ich nicht weil ich verkaufe mein Auto deswegen kommst du auf winterreifen in skyrim wegen dem schnee oh guck mal nein ist das besser was ist da goldene klaue bringe die goldene klaue in deinen besitz ja dann dann wird es interessant und jetzt kann ich zum beispiel schleichen ich sehe mich ich sehe mich eh oh oh ah man hat ja nicht lange gedauert scheiße gut 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 leichte rüstung oh oh nein oh nein oh nein krass ne wir haben überlebt ich hab schon gewartet ich hab schon gewartet dass wir sterben hab gewartet so ja mal gucken wie lange ich überlebe aber nein ja wir kommen langsam so langsam aber sicher schrei schrei nicht so laut hey ditrich hier muss ich auch wieder mal kaufen leichte rüstung ich glaube mit ohne mods also fast ohne mods und wenn man wenn man auf legendär spielt sollte man glaube ich schon ja sollte man schon irgendwie schwere rüstung tragen oh oh ah ich weiß ich kenne diese mission glaube ich oder ja ja ich kenne sie nicht so einfach ja redman genau wir werden als werwolf spielen obwohl ich vampirlord viel geiler finde es sieht geiler aus vor allem und es ist mega mächtig aber problem ist so wenn ohne diesen mod dass man am tag leben und magie und ausdauer regeneriert ja dann entweder muss man die ganze zeit am abend spielen und dann ist das ist das auch nicht so mega gut für den zuschauer weil es ist immer dann dunkel und so scheiß mucke ja und ja als werwolf ist es natürlich auch einfacher naja aber okay es sieht ja auch geil aus als werwolf sieht das ja auch geil aus ist ja nicht so dass es nicht geil aussieht aha da sind die nächsten okay ich glaube ich brauche nochmal den also gute ablenkung wirklich ohne ihn was was würde ich machen nein scheiße ich habe mein ich habe mein tier getötet fuck oh scheiße das ist bisschen scheiße jetzt geht zurück geht zurück oh man oh nein oh nein macht sehr spaß okay jetzt kann es nur besser werden der werwolf macht sicher spaß ja aber vampire lord ist schon mächtiger und nein und nein was habe ich jetzt getan schnell schnell flammen vielleicht oder funken ich glaube nicht kaum schaden macht ja kaum schaden super so jetzt habe ich dich nein was hast du getan zurück zaubertränke aha lieben 50 ok zum heilen das gut mehr nicht kleinbald scheiße ja ja hilf mir das werden wir wissen ja 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 euer kopf wird meine wand ziehen Oha. Okay. Zurück. 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 Nein. Oh mein goodness. Oha. So. Ich will speichern. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Essen. Scheiße. Aha. Zehn. Fuck. Überleben wir das? Gut. Ich speichere das wenigstens. Oha. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Knapp. Das war brutal. Knapp. Oh. Shit. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, wir sterben gleich. Nein. Oha. Was ist das? Oh Gott. Jeder Kampf. Mein Gott. Jeder Kampf ist ein Bosskampf. Definitiv, Leute. Jeder Kampf ist ein Bosskampf. Komm. 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 Oh shit. Okay. 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 Warte. Auf. 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 Aha. Oh. Es sieht gut aus. Endlich. Oh. Halleluja. Wir haben es überlebt. Ciao grüne Münze. Wir sehen uns. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. So. Wir haben es geschafft. Normal. Normal. Wow. Schon 32 Minuten. Oha. Hey. Ich glaube, das werden 200 Videos. Leute, nicht vergessen. Falls euch die Videos gefallen auf YouTube, liken. Falls es euch nicht gefällt, disliken ist auch kein Problem, damit ich weiß, ob ich weiter aufnehmen soll oder nicht. Sehr wichtig. Vor allem für die YouTuber, die nicht bekannt sind, ist das wirklich wichtig. Natürlich für die Großen ist das auch wichtig, aber bei den Kleinen ist das noch wichtiger. Ja. Damit die, damit man auch neue Zuschauer hat, bekommt. Bekommt. So, jetzt. Ähm. Das andere Ätzeln. Super. Ich kann mich nicht erinnern. Wie ging das nochmal? Also nochmal. Aha. Okay. Also nochmal. Das erste ist ein. Kann das sein? Eine Schlange. Das zweite auch. Delfin. Delfin. Oder Wal oder was das ist. Keine Ahnung. Und was ist mit dem? Ja. Nein. Drei. Ja. Ist richtig. Oha. Nee. Ist es nicht. Tut mir leid. Ist es nicht. So, jetzt. Muss ich da... Oh mein Gott. Okay. Jetzt ohne Scheiß. Wisst ihr, ich habe total vergessen, wie lange das dauert. Das mit dem Aufleveln. Wirklich. Ich habe gedacht, es geht schnell. Wie ich das jetzt so sehe. Es geht nicht schnell, weil man stirbt entweder. Man stirbt zu schnell. One Hit. Oder beim zweiten Treffer. Und deswegen diese Treffer. Also, die kannst du nur bei den kleinen machen. So kleinen, einfachen Gegner. Da. Aha. Taschendiebstahl. Oh Gott. Solche Bücher könnte ich die ganze Zeit öffnen und lesen. Und nochmal. Und nochmal. Und noch einmal. So, jetzt muss ich da runter. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es ausgeht gegen diesen... Oha. Sind das Krallen? Keine Ahnung. Leute, diese Leinentücher, die sind echt wichtig. Die sind echt wichtig, ja. Also, für manche Rüstungen sind die wirklich wichtig. Am Anfang denkt man, ach komm, das ist scheiße. Ja, wisst ihr vielleicht auch, aber irgendwann brauchst du sie und dann... Dann, ja, dann such. Such dann. Oha, guck mal, wo ich bin. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, ich muss zugeben, ich hätte nie, 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 nie gedacht, dass ich mal stream, äh, let's playe. Nie. Also, ich meine, ich mache Livestream und ich werde das hochladen auf YouTube, aber trotzdem, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache. Das ist schon... Das ist schon... Das ist schon... Komisches Gefühl, weil das Spiel ist... Ist schon nicht klein. Äh, ist da nichts? Okay. Also, wenn man sich nicht auskennt... Und das Spiel ist auch groß. Ja, mal schauen. Mal gucken, wie viele... Parts... Das, das... Oha. Oh shit. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wie wenig Schaden ich mache. Einhändig. 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 Gut, gut, gut. Ja. Sieht ihr? Genau das meine ich. Idee... An, an die anderen Leute Ideen zu geben, ist das einfachst auf der... auf... auf der Welt. Aber selber die auszuführen, macht man kaum. Ja, wieso mache ich das jetzt nicht? Zum Beispiel. 19... Ich muss... paar Waffen benutzen, damit... 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 sich mein Leben... Oh Gott, oh Gott. Meine Stufe meine ich. Sich auch schneller... Erhöht. So. Okay. Oha. Nein. Oh nein, ich bin tot. Scheiße. Oha. Okay, ich bin nicht tot. Halte das von mir fern. Komm. Okay. Oha. Oha. Helf mir, es loszuwerden. Helf! Guck mal, von wo er mich trifft. Scheiße. Ja. Ja, Brittany, du sagst es. Hätte ich echt nicht gedacht. Okay. Es darf mich nicht kriegen. Hilfe! Es darf mich nicht kriegen. Hilfe! Okay, krass. Wie viel Kondition er verbraucht. Halt das von mir fern! Komm! Halt das von mir fern! Halt das von mir fern! Oh shit. Wenn was auf 40 kommt... Halt das von mir fern! Halt das von mir fern! können. Oh, shit. Wow, 27. Oha. Scheiße, nein. Ja, tot. Oh mein Gott, oh mein Gott, das war knapp. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, wieso übertreibe ich? Wieso übertreibe ich? Ich will immer die Grenzen wissen. Bis wohin kann ich schlagen? Fuck. Falsch. Ne, nicht das. Ah. Locken ist nicht so gut damit. Hallo Tahir, hallo. Hallo Tahir. Okay. Jetzt vielleicht. Oh, shit. Nein, fuck. Zweimal, dreimal schlagen, zurück. Dreimal schlagen, zurück. Das wäre gescheit. Nicht bis an die Grenze. Jetzt, ja, gut, 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 gut. Er ist schockiert. Er ist schockiert von meinem Charisma. Gib ihm. Noch mehr. Gib ihm mehr. Stirb. Stirb mehr. So, 28. Wow. 28? Wieso? Wieso ging das so schnell? Komisch irgendwie. Egal. Egal. Hauptsache er ist tot. So. Hallo Aquila. Aquila. Ja, immer diese Leute. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. So, noch zwei Minuten. Und dann werde ich diesen Part auch beenden. Und dann, ich mach dann noch einen Part. Leute, auf YouTube nicht vergessen. Falls euch die Videos gefallen, liken. Und Skirim werde ich. Wann hochladen? Mal schauen. Entweder heute Morgen oder spätestens heute Abend. Ich vertraue dir nicht. Wie komme ich da runter? Oh. Wieso vertraue ich ihm nicht? Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Trinke ich wenig? Echt? Kann schon sein. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nortir verborgen haben. Gebt mir zuerst die Klaue. Gut, mal sehen, ob ich euch losschneiden kann. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. So, das machen wir im nächsten Part. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, die Maus muss ich immer suchen.